ja hallo bei fifa 23 beim letzten spiel der ersten drittliga saison der aufstieg haben wir geschafft und ja jetzt steht das letzte spiel gegen sv meppen an ja das wäre man dann jetzt mal noch durch vier und ja im spiel werden wir dann ein bisschen statistik gucke ohne die tabellen noch genauer und ja genau das war es und dann will ich mich die tage an die nächste saison liga 2 wird das dann hier sind mache und würde mich freuen wenn er doch noch mal in google würde und ja danke schon mal fürs reinschauen wie ich die mannschaft verändern weiß ich noch nicht also ich versuche immer weil ich hätte aufzeichnen im große und ganze die mannschaft wo saabbrücke jetzt halt aktuell hat zu halle wie das dann der zweitliga ist also ich versuche nur grob keine zu verkaufen der ein oder andere ist schon ein bisschen älter der wird dann wohl auslaufen ja aber wie gesagt im große und ganze versuche ich irgendwie die mannschaft wahrscheinlich zu halle genau dankeschön für das renn gucke falls man nicht abonniert wer klasse würde man uns freuen sind noch sehr viele spiele in reserve wo schon längst fertig aufgezeichnet sind die kommen alle gar demnächst nur dauert alles ein bisschen weil wir können nicht jeder tag 20 videos hochladen also man waren schon fleißig demnächst kommen noch ein paar neuere spiele hier ist fifa 23 ja danke und danach spiele ich mal das spiel und genau guck mal so ein bisschen statistik an wäre super wenn ich euch das angucke ich wünsche euch alles gute ich schläge mal los so Untertitelung. BR 2018 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 jetzt ein bisschen komisch, ein bisschen doof, ja, es war ja in dem Endespiel verkündet, aber da war ja nichts, außer so ein bisschen rumgehupsel, aber kein Feierlichkeit, nichts und jetzt am letzten Spieldach Ahnet, finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen, keine Ahnung, dort war bei der vorigen immer so gewähnt, keine Ahnung, also ich habe da nichts weggetrickt, ja, schade, ein bisschen doof, ähm, gut, kannst du dir noch, ja, mal gucken sie jetzt noch ein bisschen die Statistik an, und ja, danke fürs Renngucker. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020